Die letzte Spielrunde der Dennis Bank AG Wolle League Mähn muss die SGVCA Amstetten Niederösterreich gegen Graz antreten. Denn Amstettenern gelingt ein guter Start ins Spiel. Bei 9 zu 9 geht die Aufholjagd auf, danach plätschert es ein wenig dahin, Amstetten kann sich aber 21 zu 19 absetzen. Danach holt Graz wieder auf und gleicht zum 21 zu 21 aus, bei 24 zu 22 jedoch der erste Satzball für die Togan-Jungs. Nikolic am Service verpatzt es aber. Ein Angriff der Grazer, der Ball geht ins Out und Amstetten gewinnt den ersten Satz mit 25 zu 23. In Runde 2 versucht Graz sich zu revanchieren, mit Erfolg. Sie sichern sich die Führung von Beginn weg. Auch wenn Amstetten gut dagegen hält, ist es schwer an den Punktestand der Gäste heranzukommen. Bei 16 zu 24 dann der erste Satzball für Graz. Der wird aber erfolgreich abgewehrt. Der zweite jedoch wird verwandelt und es steht 17 zu 25 und damit 1 zu 1 an Sätzen. Ausgeglichen gestaltet sich Satz Nummer 3, auch wenn Graz immer einen Schritt voraus ist, gleicht die Togan-Mannschaft immer wieder aus. Mit dem 16 zu 15 Punkte Stand gelingt der Führungswechsel für die Amstettner. Bei 24 zu 19 sogar der erste Satzball. Der wird prompt umgesetzt und Amstetten holt sich Satz Nummer 3. Der Zwischenstand 2 zu 1. In Runde 4 zieht der VCA davon. Darmoire macht das 5 zu 2 mit einem starken Angriff klar. Die Grazer jedoch peilen den Ausgleich an und schaffen das mit einem Angriff 5 zu 5. Die Führung lassen die Gastgeber aber nicht zu, stattdessen übernehmen sie sie wieder. Das 11 zu 7 zeigt klar, welchen Druck die Amstetten auf die Grazer ausüben. Das 16 zu 8 fixiert Kowalewski. Satzball bei 24 zu 13, der mit einem Serviceass verwertet wird. Amstetten gewinnt mit 3 zu 1, verdient dieses Spiel. Wir haben uns die restliche Woche noch extrem darauf fokussiert, einfache Fehler abzustellen, uns noch abzustimmen. Heute war es einfach ein tolles Gruppengefühl, volle Dynamik und dadurch hat es im Endeffekt dann auch funktioniert. Also heute hatten wir nichts zum Verlieren, weil Playoffplatz ging es gar nicht mehr aus. Dadurch konnten wir frei und locker im Kopf spielen und es gab keinen Druck, keinen Stress. Und es lief, es lief einfach. Also wir haben locker gespielt, Außenangreifer super serviert und super geblockt. Und ja, zweiter Satz, da kam ein bisschen ins, ja, in die, ja, keine Ahnung. Bei uns ist zweiter Satz immer so ein Schwächersatz, das ist von Beginn an so. Und ja, da müssen wir selber wissen, dass wir uns mental besser vorbereiten müssen für den zweiten Satz. Und nichts so schnell aufgeben, wie es der Trainer gesagt hat. Wir haben den zweiten Satz bei einer 2, 3, 4-Punkte-Führung von Graz, haben wir den Satz einfach aufgegeben und nicht mehr weitergespielt. Trainer Erkan Togan hat nach dem Spiel gegen die Wörthersee-Löwen die Mannschaft ordentlich geimpft. Also hat man heute sehen können, dass es geklappt hat, was er uns erzählt hat und dass man uns so motivieren kann. Und ja, für die Zukunft sollten wir wissen, wie wir uns motivieren können. Wir sollen uns auf jeden Fall zusammenreißen für das Graz-Spiel, wieder mehr mit Herz spielen, mit Freude. Und ich denke, das haben wir auch heute sehr gut umgesetzt. Mit diesem Spiel ist dem VCA die Revanche für das verlorene Cup-Finale gegen Graz gelungen.